Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für surinamische Fischbällchen. Diese surinamischen Fischbällchen, niederländisch Wissballetjes, sind eine perfekte Restverwertung für jede Art von Fisch. Für vier Personen werden folgende Zutaten benötigt. 250 Gramm Fischfilet, 500 Gramm Kartoffeln, 2 Eier, 3 altbackene Scheiben Weißbrot, Stengel Sellerie Grün, 1-2 Zwiebeln, 2 Knoblauchzehen, 1 halber Teelöffel weißer Pfeffer, Salz, Sonnenblumenöl. Folgende Utensilien werden benötigt. Messer, Schneidebrett, Pfanne, große Schüssel, Holzlöffel. Zubereitung Das Fischfilet gar kochen oder dünsten. Die Kartoffeln schälen und als Pommes frites schneiden. Die Kartoffeln gar braten und sofort stampfen. Zwiebel und Knoblauch pellen und klein schneiden. Diese halb gar dünsten. Das Sellerie grün fein wiegen. Das Weißbrot in Wasser einweichen und zerpflücken. Alle Zutaten in eine große Schüssel geben und gründlich mischen. Die Hände mit Öl einreiben. Aus der Mischung etwa eigroße Bällchen formen. Die Bällchen dann etwas eindrücken. In der Pfanne ausreichend Öl erhitzen und die Bällchen darin goldbraun braten. Heiß servieren. Als Beilagen eignen sich Diese Varianten gibt es Punkt, Punkt, Punkt Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit!